Hey du, also wenn du so mal Rainbow Friends gespielt hast, dann musst du jetzt einmal abonnieren und liken. Also los jetzt. Du hast nicht mehr lange Zeit. Tschüss mit. Hallo, wo bin ich? Hallo. Karn? Danja? Ah! Danja! Warum fresse ich dich denn jetzt? Was ist denn hier los? Hallo? Oh nein. Da. Oh, warte. Das wird dir jetzt nicht so gut gefallen, Karn. Warte, stopp, stopp. Sag jetzt nicht, ich bin green. Sag bitte nicht, ich bin green. Du bist green. Och nö, wieso denn jetzt? Oh, bin ich jetzt der Rainbow Friend oder was? Ich will hier eigentlich schon immer gar nicht mehr mit reingehen, weil hier ständig irgendwas komisches vor sich... Nein, du bist hier. Ich bin im Tunnel. Bin ich bei Purple gerade? Ja, du bist gerade bei Purple. Ich sag dir, wie es ist. Also Purple mit seinem Tunnelsystem ist gar nicht so schlecht. Mhm. Karn? Wann geht's denn? Bist du nicht vielleicht ein Intro aufnehmen oder sowas? Karn? Oh nein. Oh nee, jetzt bin ich alleine. Äh, wie macht Karn das immer? Ja, oh, was läuft. Leute, ich glaube, ich bin gerade alleine. Äh, das ist kein gutes Zeichen, weil eigentlich haben Karn und ich zusammen gestartet und jetzt ist er irgendwie komplett weg. Ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie gerade Probleme hat oder so, aber ich fange einfach mal an und, äh, wenn ihr das Video seht, dann ist es online gekommen. Hallo? Hallo, wo bin ich? Hallo? Karn? Karn? Ah! Ah! Warum fresse ich dich denn jetzt? Was ist denn hier los? Hallo? Oh nein. Dania, wo bist du? Du warst doch gerade noch hier. Dania, wir müssen hier von den Rainbow Friends entkommen. Karn? Dania, ich höre dich. Aber ich sehe dich gerade nicht. Karn? Ich sehe gerade gar nichts. Ja, ich höre dich. Was ist denn? Wo bist du denn? Sammel doch jetzt mal ein. Warum kann ich denn nichts einsammeln? Oh, warte. Das wird dir jetzt nicht so gut gefallen, Kahn. Warte, stopp, stopp. Sag jetzt nicht, ich bin green. Sag bitte nicht, ich bin green. Du bist green. Och, nö. Wieso denn jetzt? Oh, bin ich jetzt der Rainbow Friend oder was? Oh, ja. So sieht es aus. Oh, das kann ich... Warte, warte. Nee, das kann doch jetzt nicht sein. Letztes Mal war das doch ich und... Oh, warum passiert denn das immer? Okay, ich versuche jetzt einfach... Kahn hat letztes Mal auch durchgezogen und das hat dann funktioniert und dann ging es mir wieder besser. Also werde ich jetzt auch einfach versuchen, das durchzuspielen und Kahn so zu retten. Daniel, wo bist du? Oh. Hallo? Ich weiß, dass Kahn nicht kontrollieren kann, wo er sich lang bewegt. Deshalb werde ich versuchen, ihm einfach so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ich habe schon ganz schön viel eingesammelt, aber jetzt muss ich erst mal zurückbringen. Es wäre natürlich echt hilfreich, wenn du mir mal helfen könntest, Kahn, muss ich sagen. Also ich habe schon fast die Hälfte eingesammelt. Also alles ist zumindest schon mal auf einem guten Weg. Aber warum das jetzt immer passiert, Leute, ich habe keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Falls ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil ich bin mittlerweile echt ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Hier passiert immer richtig komischer Kram auf Kahn's Server. Ich will hier eigentlich schon immer gar nicht mehr mit reingehen, weil hier ständig irgendwas komisches vor sich... Oh! Ich bin hier... Ich bin hier im Tunnel. Bin ich bei Purple gerade? Ja, du bist gerade bei Purple. Ich sage dir, wie es ist. Also Purple mit seinem Tunnelsystem hier ist gar nicht so schlecht. Das noch und das noch. Kahn, ich habe es fast geschafft. Vielleicht bist du ja nach der ersten Runde dann wieder normal dabei. Noch vier Stück, Leute. Noch vier Stück. Und vielleicht klappt es ja. Vielleicht ist ja Kahn nach der ersten Runde dann schon wieder mit mir gemeinsam am Spielen. Vielleicht können wir dann mal herausfinden, warum das hier ständig passiert. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Scheint mir auch, als würde Kahn sich ver... Da! Kahn! Ich verstehe das nicht. Hallo? Ich habe jetzt die letzten in der Hand, Kahn, okay? Ja, ist okay, aber Kahn... Ich bringe jetzt zurück. Also, ganz ehrlich, wie kann denn Green so überhaupt spielen? Der sieht doch gar nichts. Und ganz ehrlich, ich bin schon so oft gestolpert und mein Schienbein tut mir sowas von weh. Ja, du jammerst natürlich schon wieder nur rum. Aua! Ich wollte jetzt einfach nur mal ein bisschen mit Kahn eine Lagerbesprechung machen, ob er irgendwas Spezielles gemacht hat, um mich da wieder rauszuholen. Aber nein, okay, da muss ich jetzt... Da muss ich jetzt wohl alleine hier durch. Okay, dann geht's jetzt wohl los und wir sammeln ein paar Gasflaschen ein. Eigentlich müsste gleich Yellow da vorne um die Ecke kommen. Mal sehen. Ist Yellow schon da? Noch nicht, okay. Oh. Hi, Kahn! Oh, hallo, Daniel, jetzt sehe ich dich auch mal. Ey, weißt du was, seitdem ich jetzt... Also, bin ich gerade blue? Ja, du bist gerade blue. Weil ich sehe alles durch so einen blauen Filter. Und weißt du, also, wenn ich blue bin, dann habe ich immer voll Hunger auf Cookies. Warum auch immer. Ähm, Kahn, folgendes. Was? Hast du irgendwas Spezielles gemacht, als du mich letztes Mal hier rausgeholt hast? Nö, ich habe es einfach durchgespielt. Dann hat es ja geklappt. Aber warum ich jetzt ein Rainbow-Friend bin und warum laufe ich die ganze Zeit hinter dir her? Hallo, kann ich das nicht steuern? Bleib doch mal stehen! Ja, ich würde das auch gut finden, wenn du das steuern könntest. Ja, keine Ahnung, also, ich laufe wie wild, aber ich kann das nicht steuern. Und ich habe voll Hunger. Und ich muss aufs Klo. Blue, kannst du mal bitte aufs Klo? Daniel, bleib doch mal stehen, hey. Dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Daniel! Lieber nicht, Kahn! Daniel, lauf! Ich laufe ja schon! Also, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber auch Daniel ist schon weg, Daniel! Ich habe Kahn-Blue abgehängt. Oh, jetzt ist da Kahn-Yellow. Oh, Daniel, hallo! Ich glaube, ich bin Yellow gerade. Daniel, kann ich mal... Ich möchte mal fliegen, bitte. Lass dich mal fangen, ich möchte mal fliegen. So, jetzt testen wir mal, wie das so ist. Oh! Ey, das fühlt sich richtig gut an. Achtung darauf, über der Hilfburg abzuspringen, okay? Weil ich möchte jetzt... Ich möchte dich jetzt nicht erwischen oder so. Oh, das fühlt sich aber gut an. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und ist auch voll einfach. Springen! Geschafft. Oh, da bin ich losgeworden. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen... Also, mir macht das alles sehr, sehr viel Angst, weil anscheinend gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Bei den Rainbow Friends. Hallo? Wir werden zu Rainbow Friends, die Rainbow... Die Rainbow Friends werden zu uns quasi, zu Menschen. Danja, Danja, hol ab! Ich sehe dich, ich sehe dich! Hol schnell ab! Ich gehe ja schon. Oh, ich glaube, ich bin wieder bei Purple. Danja, bist du bei Purple? Ja, ich bin bei Purple. Also, ich sage dir, wie es ist. Dieses Trudelsystem, das ist schon echt beeindruckend. Aber mir wäre hier auch langweilig. Mir kommt es schon fast so vor, als würde Khan überhaupt nicht wieder zurück in die echte Welt. Ist ja auch nicht böse gemeint und so, dass ich mich vor Khan verstecke. Aber er soll mich ja trotzdem nicht sehen. Das ist halt auch gefährlich für mich. Ein einziger letzter Gaskanister fehlt noch. Das kann doch nicht... Ich kann ja mal Khan fragen, ob er auf der Map irgendwo einen gesehen hat. Äh, Khan! Hallo? Oh, hallo, Danja! Hast du zufällig irgendwo gesehen, wo der letzte Gaskanister ist? Äh, ja, ich glaube, also vor den Rainbow Racers musst du mal schauen. Okay, dann gehe ich da mal hin. Danja, behal dich! Ich weiß, wo das letzte Item ist. Ah, hier, okay. Beeil dich, sonst musst du wieder fliegen. Ich will nicht fliegen, danke. Okay, nächste Runde. Oh, ist mir schwindelig auf einmal. Khan? Ja. Okay. Oh, mir ist voll schwindelig. Oh, hilf mir bitte. Oh, dann, mir ist voll schwindelig. Ja, ist ja gut, ich bring dich hier zurück. Bin ich ein Lucky oder was? Ja, bleib einfach in dem Käfig. Oh, es dreht sich alles. Boah, ich muss mich gleich übergeben. Äh, hier bitte den hier runter. Ja, ist okay, es geht, es geht, es geht. Schnell, mach schnell. Ich möchte doch kein Lucky oder Rainbow Friend bleiben, hallo? Ja, aber... So, was ist denn mit dir los? Naja, du hast gesagt, du musst dich übergeben. Oh, mir schwindelig. Hey, Khan. Hallo? Ach, jetzt tu doch nicht so. Ich trage dich doch schon ganz vorsichtig. Mir kommt gleich alles hoch. Danja, hier bin ich. Ja, ich sehe dich ja schon. Oh, jetzt war ich. Leuchtest ja gelb wie eine Pylone. Ich verstehe das jetzt aber nicht. Bin ich jetzt ein Lucky oder ein Rainbow Friend? Also gerade bin ich fast nur ein Lucky. Ja, wahrscheinlich sind die Lucky's auch irgendwie Rainbow Friends. Ja, das würde vieles erklären. So, Vorsicht, geht nach oben. Oh ja, ich merke es, ich merke es. Es kommt doch alles hoch. Oh. Oh, jetzt wieder alles gut. Und ich möchte fliegen. Oh, du bist in der Kiste, ne? Oh, sehr gut dann. Ja, sehr gut, sehr gut. Weil da komme ich nicht ran als Yellow. Sehr gut gelöst, sehr gut gelöst. Und ich laufe einfach. Oh, Yellow. Ich verstehe. Aber die Rainbow Friends, weißt du, was das komisch ist? Ich kann dich sehen. Okay, jetzt gerade nicht mehr. Aber, oh, oh. Wom willst du denn? Okay, Khan, weiter geht's. Oh, und mir ist schon wieder... Oh, und mir ist schon wieder voll übel. Was soll das denn? Khan, ich bring dich jetzt hier zurück, damit wir das hier durchspielen können. Ja, aber mal bin ich Hello, mal ein Lucky und... Oh, oh. Ich seh dich, Khan. Nein, nein, ich seh dich, ich seh dich. Oh, und ich rolle und rolle und rolle. Oh, oh. Wie viel musst du noch einsammeln? Äh, also... Das hier, du bist jetzt gerade der siebte, Lucky. Oh, 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 oh. Ich werde mich safe in dieser Runde noch übergeben. Nein, wirst du nicht. Doch, Daniel, weißt du, wie schlimm das gerade ist? Du weißt doch selber, wie das als Lucky ist. Das fühlt sich so an, als hätte ich ein Essen von dir gegessen. Ey, du hast noch nie schlechtes Essen von mir gegessen. Ich lass dich gleich hier liegen. So, hm, mach halt irgendwo noch einen Lucky. Hier irgendwo. Hi, Khan. Oh, hallo. Tut mir leid. Oh, und jetzt bin ich blue. Und jetzt wieder der Lucky. Oh, das ist voll schlimm. Das wechselt immer. Und hier... Oh, nein, hier nicht nach unten. Hallo. Da stehst du als green. Ja, da war ich als green. Oh, Daniel, hier bin ich nochmal. Ich seh alles doppelt. So, willst du dir mal hi sagen? Ich versteh echt nicht, wie das funktioniert. Also, wir wollten einfach nur hier mit den Rainbow Friends widersprechen. Und auf einmal bin ich wieder der Rainbow Friend. Beziehungsweise, letztes Mal warst du es und jetzt bin ich es. Okay, Khan, noch zwei. Hier. Hab dich. Kannst du auch ein bisschen langsamer gehen, bitte? Nein, kann ich nicht. Wir wollen uns beide hier wieder raus, oder nicht? Ja, aber dann wird mir voll übel. Du schüttelst alles durch. Was haben denn die Lucky schon gefressen, ey? Hallo. Oh, jetzt wieder alles gut. Und ich möchte jetzt auf einmal Cookies essen. Warum auch immer. Okay, dann geht's noch... Hey, Daniel, ich glaube, du bist wieder bei Purple. Also, weißt du, was richtig cool ist hier bei Purple? Der hat einen Fernseher hier unten. Mhm. Wirklich. Super cool. Ich glaube, der hat auch Netflix. Mhm. Ich sehe dich. Und jetzt wieder dich. Vorsicht. Ja, bleib weg, Khan. Ja, ich kann das doch nicht steuern. Okay, der letzte Lucky ist das, Khan. Das ist der letzte, okay? Ach, zum Glück. Zum Glück. So. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die letzte Runde über, bevor es zur Achterbahnfahrt geht. Okay, Sugar, Sugar, Sugar Packs. Hallo? Ist jemand da? Hey, Khan. Doppelkhan. Ja, ich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Was ist denn auf einmal mit mir los? Ich bin voll aggressiv auf einmal. Das ist ja voll komisch. Da war es gerade kurz zu. Okay, und jetzt wieder alles gut. Ey, ist das komisch, Rainbow Friends zu sein. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Nein, hoffentlich nicht. Bleib stehen. Nein. Ich krieg dich. Nein. Ich zähl dich. Nein. Hallo? Ich glaube, ich bin wieder green. Ja, du bist gerade green. Okay. Wo bist du? Hallo? Ich muss schauen, dass ich hier nicht... Irgendwo ist Yellow Khan. Oh nein, nicht schon wieder. Ich seh dich. Du sollst dich beeilen. Ich finde, ich habe mich genug beeilt. Okay. Es sind nur noch fünf Stück. Nur noch fünf Sugar Packs. Und dann habe ich es geschafft. Und dann müsste Khan wieder frei sein. Eins. Zwei. Dania, hallo. Du bist ja immer noch hier. Drei. Los, behal' dich. Hast du dich gesehen, wie ich mit Süd drauf bin? Dania, ich weiß, dass du hier bist. Ich seh dich zwar nicht, aber ich weiß, dass du hier bist. Jetzt such die Sugar Packs. Ach. Keine Chance. Ich bin unten. Oh, Mann. Man funktioniert das bei diesem Tisch immer nicht. Hey, Dania. Also, bleib am besten hier. Ich bleib nicht hier. Doch, das ist sicher. Du willst nur hier bleiben, weil hier ein Fernseher ist. Ja, vielleicht. Willst du nicht irgendwann mal wieder nach Hause gehen oder so? Ja, doch schon, aber... Ich muss doch nicht für immer hier in dem Tunnel bleiben. Ehrlich, ey. Ich habe das Gefühl, Khan wird langsam wirklich so richtig zum Rainbow Friend. Okay, ich muss mich beeilen. Ich muss jetzt diese Sugar Packs hier zurückbringen. Okay. Khan? Oh. Okay, hier ist er nicht. Khan? Oh, okay. Auch nur ein Wagen. Okay, dann schauen wir mal, ob Khan hier irgendwo in der Achterbahn zu finden ist. Oh, hallo. Oh, nein. Willkommen zur Show. Ich werde dich fressen. Nein, wirst du nicht. Äh, Dania? Ich glaube, ich bin gerade Orange. Ich fühle mich super schnell. Hurra! Ah! Oh, hi Khan, heiße Lukis. Äh, Dania, also ich weiß gerade nicht, fahre ich hier gerade auch mit der Achterbahn? Ja. Wo bist du denn? Hinter dir. Ach so, warte, ich sehe es, ja, ich sehe es. Oh, und mir ist wieder super schwindelig, aber warum sind wir so viele? Och, sag bitte nicht, ich will jetzt hier einen Luki hier vorne. Oh. Oh. Und hoch und wieder runter, halt dich fest. Wie denn? Oh, du hast doch keine Arme. Oh, Dania, ich bin immer noch ein Rainbow Friend. Ich weiß. Oh, schnell weg hier. Äh, äh, au. Oh, das hat voll weh. Äh, hallo. Flieg schön. Okay, okay, okay. Wir haben es fast geschafft. Äh, da bist du ja schon wieder. Hä, 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 hä. Hallo, Dania. Oh, nee, danke. Okay, äh, jetzt, 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 jetzt muss ich hier rausrennen und ich hoffe einfach, ich, 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 ich hoffe wirklich einfach. Immer falle ich hier runter. Ich hoffe, Kahn ist gleich wieder er selbst. Oh, hallo, Dania. Ich krieg dich. Nee, du kriegst mich nicht. Ich glaube, ich bin schneller. Dania, hau ab. Was ist denn los mit mir? Ah. Ich seh dich. Ja, lauf gegen die Wand. Du wirst auch bald ein Roboter. Nein. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Hast du nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Tja, versuch mal da durchzukommen. Nur, damit du Bescheid weißt. Nein, das wird er nicht. Oh. Oh Mann, ich hoffe, Kahn ist jetzt wieder er selbst. Oh. 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 Oh Mann. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020